Ich bin Joel, komme aus dem Aargau und das ist mein Film »Krokodil«. »Krokodil« erzählt die Geschichte von Daniel, einer Jugendlichen, der an den Gutkranken Neurodermitis leidet. In der Schweiz hat jedes fünfte Kind Neurodermitis. Der Film ist aber vor allem allen gewidmet, die bis ins Erwachsenenleben von der Krankheit begleitet werden. Er zeigt nicht nur, wie ihr Körper langfristig darunter leidet, sondern auch ihre Psyche und Sozialleben. Ich selber habe ein Drehbuch zum Film geschrieben, was für mich eine sehr besondere Arbeit war, weil ich viele Geschichten aus meinem eigenen Leben verarbeiten konnte. Mit »Krokodil« möchte ich Neurodermitis in der Gesellschaft thematisieren und zeigen, was sich alles unter der Haut von so einem Krokodil verbirgt. »Krokodil« »Experten, wie der Gefängnis in der Gesellschaft war. Wie und bei der Gefängnis in der Gesellschaft die身 salir upon »Krokodil« »Krokodil« »Teleifenges in der Genderkeit,